Na ja. Hallo Leute, falls ihr euch schon mal gefragt habt, ob es Tinker oder Bell noch gut geht, ja, tut es mir. Allen noch am Leben. Allen geht es noch gut. Zuppel. Ähm, was anderes. Und zwar, ich muss was ankündigen, beziehungsweise ich will was ankündigen. Ich habe die letzten Tage mehr oder weniger spontan live gestreent. Werde ich vielleicht ja nicht heute jetzt gleich auch nochmal tun, aber viel wichtiger ist, dass ich heute 19 Uhr live streamen. Allerdings nicht auf meinen Kanal, sondern auf enptv-lol. Weil ich, ihr wisst ja immer noch, ich versuche mich immer noch mit einem Casten zurechtzufinden und das ist EPS. Da sind jetzt die Playoffs. Ich habe es von der Webseite, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen. Das geht heute 19 Uhr los, das geht es morgen auch nochmal. Das, äh, caste ich. Aber nicht alleine. Der gute Einstein-Injo ist auch noch mit dabei. Insofern, äh, ja, muss ich mich nicht die ganze Zeit selber den Mund fusselig reden, sondern ich habe tatsächlich Unterstützung, beziehungsweise ich unterstütze ihn oder wie auch immer, wir unterstützen uns gegenseitig, was weiß ich. Also, wie gesagt, heute 19 Uhr, ich denke, was ist 19 Uhr? Ja, doch, es müsste 19 Uhr sein, ne, ja. Twitchpv slash enptv unter, äh, ne, enptv unterstrich lol. So, da steht es ja auch hier auf dem Bildschirm ganz toll. Ähm, ja, dann heute 19 Uhr, lolcast. Also ich caste, es sind glaube ich drei Spiele insgesamt. Das ist, Moment, ich muss mal kurz gucken. Das, äh, gibt es ja die Coverwatch-Gruppe für sowas hier. Da habe ich nicht offen, wunderbar prächtig. Aber auf jeden Fall, ähm, Moment. Äh, erst die beiden parallel, dann Win-Win, dann Lose-Lose und dann die Decider. Ja, genau. Also vier Spiele insgesamt. Mal sehen, ob wir dann davon alle kriegen. Aber ich denke mal, das wird schon noch viel laufen. Und das sind dann halt vier Spiele. Es dauert also wahrscheinlich so drei oder vier Stunden. Ich vermute mal eher vier Stunden. Heute Abend dann 19 Uhr auf enptv slash lol. Ich würde mich über euer Zehrechiser freuen, freuen und Einstein hier wahrscheinlich auch. Bis dann, heute Abend. Macht's gut. Tschüss.